Heyo Leute, herzlich willkommen zu Minecraft Lucky Rush zusammen mit dem Upcraft. Hallo. Leute, und gestern Deutschland gegen Schweden. Wer diese Lucky Block Battle Folge noch nicht gesehen hat, die ist oben verlinkt. Deutschland hat gewonnen. Zum Glück, Leute, ich war mega erleichtert. Ich bin mega erleichtert. Schreibt mal eure Meinung zum Spiel in die Kommentare. Und ja, zusätzlich noch eine Information hier. In der Beschreibung ist der Download-Link zu den Empire Lucky Blocks. Da unten drin in der Beschreibung. Falls es euch interessiert, falls ihr die downloaden wollt, müsst ihr da einfach mal nachgucken. Meine Wolle ist an folgender Stelle versteckt. Nämlich hier, so, so, so. Und dann, so. Okay, na, ihr wisst Bescheid. Wir spielen mit 32 Empire Lucky Blocks und 32 Basti Lucky Blocks. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt direkt mal an. Let's go. So. Upcraft hat mit den Empire Lucky Blocks noch nie gespielt. Deswegen, ähm, weiß ich nicht, ob er, ob er Ahnung hat. Alter, was hat er schon wieder hier gebaut? So. Äh, ich hätte gerne, jawohl, ein Rüstungsteil schon mal. Das ist schon mal richtig gut. So. Ähm. Alter, ich krieg grad sauer wenig Rüstung raus. Ich auch. Nur Monster. Ja, die sind normalerweise gar nicht selten, die Rüstungsteile. Also, ich hatte in den letzten, äh, in der letzten Folge... Jetzt hab ich keine Hose. Also, als ich die das erste Mal hatte... Oh Gott. Ja, aber ich find's gut, dass die nicht so, ähm, dingend sind. Was? Nicht so häufig, sag ich mal. Aber okay. Die sind OP, ja. Jetzt schon voll. Was? Achso, ja, mit einem Rüstungsteil. Ja. Das kann gut sein. Huch. Okay, nehmen wir mal mit dir. Äh, aber ich muss sagen, ich hab grade hier nur, ähm, Bullshit gekriegt, aber auch zu spät. Ich hab schon mal gute Sachen. Oh, noch mehr Empire Blocks, nice. Was? Und ich hab aus nem Plus 100 gar nix rausgekriegt. Alles klar. So, dann ist die letzte... Ah. Das ist die letzte Hoffnung. Nee, mach ich nicht. Das hier, Leute. Jawohl. Komm. Wir müssen auf die Basti Lucky Blocks jetzt vertrauen. Was ist das für ein Schwert? Ah. Deine Basti Lucky Blocks bringen kein Glück. Ich hab ne Kürplone. Au. Oh Gott, ey. Das kann ja nicht wahr sein, dass ich so viel Pech grad hab. Ey. Was zum... Als ob. Ich kann mir kein Schwert mehr nehmen, hä? Achso, das ist eventuell nicht okay. Ich hab kein... Ich kann's nicht abbauen. Oh, nee, ey. Was ist das? Ich hatte noch nie so viel... Nichts. Ach, jetzt... Wenigstens etwas. Das Kevin-Schwert. Püh. Und hier hab ich den... Oh, nee. Mann. Als ob! Wie kann ich so viel... Ich hab ein Schwert. Pech auf einmal haben. Ey. Ey. Ey, ich bin jetzt gerade echt ein bisschen... Leute, ich bin ein bisschen enttäuscht. Was ist das? Weil ich aus 32 Blöcken... nichts richtig geiles bekommen hab. Na. Als ob. Ich hab auch... Oh, Mann. Alter, das gibt's nicht. Ich bin gerade echt ein bisschen... Oh, nice. Was? Nimmst du dann? Ich bin gerade echt ein bisschen schockiert, muss ich sagen, Leute. Weil ich einfach gar nichts hab. Das kommt so selten vor. Nichts zu haben. Das ist sehr gut. Ja, gut. Ich hab ja noch eine Hoffnung. Ah, scheiße. Ah, gut. Ich bin zum Glück erst in der Mitte. Ich brauch die Mitte nicht. Warum nicht? Ach, nur so. Komm schon. Komm schon. Nur so brauch ich die Mitte nicht. Jawohl. Okay. Ja. Das hab ich's weggesagt. Komm, los geht's. Scheiße, ich kann nicht fliegen. Halt's auf. Halt's auf. Zum Glück. Oh. Jawohl. Mach's ihm keinen Schaden. Ich mach' keinen Schaden. Nein. Nein! Ist jetzt die Hose runtergefallen? Lol. Du. Als ob. Hey. Ja, klar. Was hast du dir bitte gecraftet? Okay. 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 Alles klar. Alles klar. Ja, keine Chance. Ein Mixed Bogen und Schwert. Ja. Da ist die Wolle. Alles klar. Wo ist die Wolle? Da ist die Wolle. Da ist die Wolle. Und Wolle weg. Basti, wo steckst du? Oh Gott, hoffentlich findest du mich nicht. Alter, ey. Das ist so eine Kack-Situation. Wo bist du? Oh Gott, ey. Also, ich bin in Sicherheit. Das kann ich schon mal sagen. Ich bin in Sicherheit. Aber es bringt mich nicht voran. Es bringt dich nicht voran. Scheiße. Also, ob du es 10-10 einzündest. Ja. Ich lebe noch. Nicht mehr lang. Was hast du noch? Was? Grabst du dir jetzt eine Dia-Pickax? Vielleicht. Ich habe noch Obsidian. Oh nein! Was wäre das denn? Ah! Das kann ich mir craften. Warte mal. 4-0 für Panama. Nein, schade. Äh, nein. Für England gerade. Oh Gott. Leute, ich habe einfach nur Scheiße. Ich kann gar nichts machen. Was machst du denn? Was soll das? Nein. Als ob... Hä, wie hast du den Block da weggemacht? Mit einer Dia-Picke. Warum hast du dann TNT dahin gesetzt? Zur Verwirrung. Ja, das hat mich auch verwirrt. Alter, das gibt's nicht. Was ich aber machen werde, ist die... Ah, ich habe mir einfach den Flöckchenhelm gecraftet, der gibt Fliegen. Was? Ich habe... Ich hatte auch... Nee, warte. Ach nee, die Basti-Chestblade gibt Fliegen. Okay. Ja, die Basti-Chestblade. Und die habe ich nicht... Ich habe nichts bekommen. Gar nichts. Ich hatte nur Unfug. Ich auch. Bis ich dann einmal Dracheneier und so einen Basti auf dem Rüstungsständer bekommen habe. Als ob. Ich hatte einfach nur Pech. Leute, egal. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst trotzdem einen Like da. Ich kann nicht immer gewinnen. Und schaut in der Beschreibung nach. Da ist der Empire Lucky Block verlinkt. Und schaut da oben nach. Da ist das Spiel von gestern. Deutschland-Schweden. Das Lucky Block Battle ist verlinkt. Und Panama führt jetzt... Nein, England führt jetzt 5 zu 0 in der ersten Halbzeit. Heilige Scheiße. Okay. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein und tschüss. 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 Schatz. Bis zum nächsten Mal.